Hi, Tian hier aus Baku, Senegal. Gestern Abend haben wir noch den Solartainer positioniert, Nord-Süd-Achse. Wir sind gerade dabei, das Hebesystem aufzubauen, um einen Container hochzuheben, damit wir das auch gerade kriegen, damit wir später auch keine Probleme haben. Bleibt dran und ihr seht dann, wie das weitergebaut wird. Danke euch. So, passen jetzt? Ja. So, passen jetzt? Ja. Geht's along, geht's along, geht's along, geht's along. Geht's along.